Ich werde mich jetzt zukünftig mehr in der Geduld... Ist da eigentlich jemand? Alter. Oh lord, der war der Falsche. Bearschen? Sorry, ohne Spaß, genauso sorry, wie du mich vorhin weggemacht hast. Oh, richtig. Ich hab dich halt nicht gesehen. Ja, ist ja gut, ich sag doch gar nichts. Tut mir ja auch leid. Es tut mir ja wirklich leid. Tut mir leid. Ich kann dir mir mal erzählen, wie er da unten vernünftig draufkommt. Ich kriege das einfach nicht hin. Ich würde mir aber da unten fallen. Also ich glaube, das ist quasi genauso, wie ich mich normalerweise auf deine Mutter fallen lasse. Ich wollte gerade schon sagen, du willst es doch nicht wirklich tun, oder? Klar würde ich es tun. Ja gut, dann kriegst du jetzt sofort ja die Gewässer. Ihr seid doch eh schon... Ihr wollt mich doch eh schon die ganze Zeit hauen. Ich würde mich beeilen, Peter. Leih, der kann ja durchschießen! Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Ja, das ist selber schuld. Du hättest schon weiter sein können, aber nein. Ne, wir waren quitt, jetzt sind wir nicht mehr quitt. Ach so, jetzt sind wir nicht mehr quitt? Ne. Abo, Peter. Abo, Peter. Das Spiechen, was du da jetzt... Du sprichst doch direkt drauf. Okay, das kann man natürlich auch machen. Das ist auch klug, Peter da direkt drauf zu springen. Das stimmt. Ja, das stimmt. Hab ich aber gar nicht gemacht, die Nudels. Geht aber. Geht aber. Ich bin der Christian, Mami. Ich bin 30 und spiele noch mit Nerfgun. Ich bin sogar eine Minute zu spät. Was? Wozu? Wofür? Wir nehmen gerade Adventure Map auf. Ich bin sogar fünf Stunden zu früh. Ja, alles klar, da ist viel Spaß. Peter, verpiss... Nicht. Dankeschön. Die Frage ist jetzt, dachte er jetzt, es wäre tatsächlich schon 18 Uhr? Ich glaube, er dachte, es wäre Misch Battles angesagt. Das kann natürlich sein. Ne, morgen. Seht ihr heute? Die sind morgen. Morgen, 13 Uhr? Komm, Peter. Wir können ja auch sagen, wir kloppen uns nicht. Wir können sagen, wir kloppen uns nicht. Da bin ich dabei. Ja, okay. Jetzt haust du mich noch. Du hast nichts gesagt. Peter, ich bin dein Freund. Also, warum haust du mich jetzt, Bram? Hab ich nicht. Du hast sowohl, du hast mich zurück da reingedrückt. Hab ich nicht. Bram? Ich hab dich nicht gehauen. Ja, und ich werde von alleine wieder in die Lava zurückgedrängt. Oder wie sieht das aus? Was? Nur zu langsam kann ich auch nichts. Ja, ist klar. Achso. Hauen wir uns jetzt doch. Okay, alles klar. Du hast mich noch gehauen, als ich schon Ja gesagt habe. Ja, okay. Dann lassen wir es jetzt sein, ja? Okay. Oder auch nicht schießen. Heißt doch, die Wand an. Fuck, ey. Ach, lol. Ich bin echt zu blöd, da durchzuspringen. Wie könnte man das... Ah, wobei, ich hab ne Idee. Na, aber fast. Wie denn? Weiter vorne abspringen. Okay. Ja. Moment, wie hast du das jetzt gemacht? Weiß ich weiß ja selber nicht. Ich hab's einfach gemacht. Ob ich für's mal benutze, oder ein Sprint-Sprung? Scheiße. Sprint-Sprung. Ich hab ein Sprint-Spr-Spr-Spr-Spr-Spr-Spr-Spr-Spring benutze. Sprint-Spr-Spr. Sprint-Spr-Spr-Spr-Spr-Spr-Spr-Spr-Spr-Spr-Spr-Spr-Spring. Also die Challenge ist ganz schön asozial. Das möchte ich mal nur mal kurz hier anmerken. Warum? Stimmst du gleich noch mal? Okay. Aber... Jetzt im Ernst? Echt jetzt? Das gibt's doch nicht. Alter! Das war aber knappomatico, ey. Leckt mich am Sack. Oh, fuck. Ja, wenn beide in Flammen sind, dann wird man automatisch zurückgedrückt. Bram, wenn du da durch bist, springe am besten schon mal einen weiter, damit man da auch durchkommt. Ja, aber ich kann nicht springen, während ich an Feuer bin. Ja, du kannst das doch timen. Ja, ich kann auch einfach warten. Ja, okay. Und du wartest auf der anderen Seite der Feuersäule. Voll klug, oder? Ja, das stimmt. Mit der Torch... Da musst du jetzt aber auch warten, Bram. Ja, sicher doch. Ja. Wieso hat er sowas eingebaut? So ein Bullshit, ey. Okay, bin durch. Da ist die Wand an. Alter, nicht im Ernst. Boah, das ist so ein mieser Motherfucker hier. Nein! Boah, das ist so behindert. Ich hab ganz am Anfang kurz drüber nachgedacht, den da runter zu schießen. Und dann dachte ich mir so, nee, Hadi versaut das selber noch. Ach, nö. Boah, das muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, das kotzt hart an. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. So wie du klingst, scheint das ja eine Menge zu sein. Komm, fuck. Nee, das, was da halt kommt, ist richtig... Also die Sprünge sind halt assi. Ich dachte, da würde zwischendurch mal einen Checkpoint kommen, aber... Lief. Ja. Hier ist echt keiner. Ich sehe echt keinen Schalter. Hey. Oh man, jetzt ist hier Lava. Oh fuck, wie mach ich das denn jetzt? Ich bin bei I want you. Ich weiß nicht genau, wie ich jetzt hier... Boah, leck mich im Arsch, ey. Da gefallen? So, jetzt bin ich hier auf irgendeiner riesigen Brücke. Wo seid ihr geilen Nutten denn? Jetzt ist hier ein Schalter. Der Party ist halt irgendwie anders gelaufen. Ja. Bin ich auch. Lief. Ach, du bist da runtergelaufen? Nee. Ja. Jetzt habe ich eine Redstone Torch. Oh. Wo hast du denn jetzt eine Redstone Torch? Dann behalte die doch. Komm wieder hoch. Okay. Boah, ich kann echt nicht wahr sein, wie inkompetent ich bin. Ich komme einfach nicht durch das Portal, äh, durch dieses Fenster da durch. Ähm, was... Wie ich es gemacht habe, ich habe versucht, so knapp wie möglich abzuspringen. To the Torch. Welche Torch? Oh, dahin? Holy moly. Ja, ist nicht gerade einfach. Nein. Ach, echt jetzt? Oh, jetzt mal ohne Spaß. Weißt du, ich stehe da die ganze Zeit, war und ohne Spaß. Das kann doch nur behindertes Gelegge sein, einfach nur. Behindertes Gelegge. Okay, da muss ich mich jetzt einfach mal kurz drüber aufregen. Weißt du, die ganze Zeit überlebst du da scheiß Gebrenne? Ohne Spaß, ganz ehrlich. Dann wieder so eine Wichse. Ganz ehrlich, ohne Spaß. Aber wo hat das denn gewesen? Du standst in Flammen und bist dann noch dran gestorben, oder was? Ja, aber ich hatte drei Herzen und der hat sich einfach nicht mehr weiter regeneriert, der dumme Wichser. Normalerweise regeneriere ich mich hier schneller, als dass ich von den Flammen Schaden nehme. Und da oben bin ich einfach dran verreckt. Das ist doch sowas von behindert, dieses Kackgame. Kann ich nicht wahr sein, ich bin ja zu blöd. Ach, ja. Standest du vielleicht noch ein Stück im Feuer drin, Heidi? Okay, ganz sicher. Warten, 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 warten. Okay, dann. Ja, ich war schon durchgejumpt. Naja. Jetzt wird gesagt, ja, ich... Ach, komm! Na, cool. Langsamer, sicher. Ja, war richtig. So am Tor und so. Da ist schon so ein leichter Schaum am Mund. Aber habt ihr eigentlich das Mario Kart Bild gesehen? Ich finde, der Typ... Ach, komm! Der Vasco LP hat Heidi so geil gezeichnet. Dieses Comic-Bilder, oder was? Ja. Hast du da mal drauf geguckt, wie du gezeichnet bist? Das sieht so geil drauf aus. Okay, ich hab das... Vielleicht hab ich mir das noch nicht so mit Bedacht angeschaut. Kann ich nicht mehr sein. Ich bin nicht zu blöd, um in Lover zu kommen. Wie komm ich denn da drüber? Knapp springen, so... Adi. Was denn? Zwei Leute ineinander stehen. Ja, sehr gute Idee. Ganz großer Sport, Bram. Ganz großer Sport. Mein Gott, kann das jetzt mal aufhören, ey? Meine... Das ist vorhin an der Stelle... Willst du mich ja nicht ärgern? Das war unabsichtlich. Woher soll ich wissen, wie du dich bewegst? Willst du mich eigentlich jetzt ärgern? Oh Gott, im Himmel, ey. Und egal, wie wir pferden die ganze Zeit im Hintergrund, die die Feuerwehr und so fährt. Ja, die ganze Zeit. Das hört nicht auf. Die transportieren hier, die evakuieren die ganzen alten Leute. Echt, die ist ja mit Feuerwehr? Ja, einfach damit das schneller geht. Damit die Leute nicht irgendwie... Damit die Rettungseinsatzkräfte nicht ausgehalten werden im Straßenverkehr. Das ist so mega nervig in der Aufnahme dann. Ich gucke, dass ich ein Teil rausleite, wenn ich nicht rede. Wieder gehen wir ein Stück zurück. Ich bin... Weiter zurück gehe ich nicht. Das ist schon eine Leistung. Das kann nicht sein. So, jetzt bin ich... Ich bin quasi voll. Aha, guck mal, jetzt regeneriere ich sogar zwei Herzen pro Tick, ey. Das ist einfach manchmal sowas von buggy und laggy und alles. Kann ich jetzt mal aufhören zu brennen? Komm schon. Nein! Ich glaube, er ist heute irgendwie dünn behäutet, oder? Sonst regt er sich doch auch nicht noch mal auf, wenn er nicht wieder 10 mal nicht sagt. Aber das ist schon sehr weit. Kack, Drecks-Fick-Spiel, ey. Das Spiel kann doch nichts dafür... Boah, ja, und komischen Ruckler gehabt. Super, danke schön, Spiel. Du bist doch schuld. Nein! Klar. Nein, da kann das Spiel was für. Du bist doch kacke. Gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Oh, Peter, spring doch mal. Ja, glaube ich. Das habe ich gemacht. Geil, seid ihr beide gleichzeitig gesprungen? Ach, komm, leck mich doch am Arsch. Und beide gestorben. Ja, ich war aber zuerst dran. Mama, bitte, ich war zuerst in ihrem Arsch. Was? In welchem Moment sollte man sowas zu seiner Mutter sagen? Hallo, dieses Mama ist doch nur ein, ein, äh, metaphorisches. Oh, fuck. Warum, warum, Hadi? Das tut mir leid, hat ich gesagt. Du hast mich gerade gehauen. Ich habe dich nicht gehauen, ich habe mich neben dich gestellt. Und ich wusste nicht, dass du so einen krassen Rückstoß davon kriegst. Das tut mir echt leid. Ich habe die ganze Zeit schon nicht geschlagen. Warum soll ich das jetzt machen? Weil du so viel, derjenige muss ja die ganze Zeit verkacken bis hier. Ja, wenn, dann würde ich Peter sogar schlagen. Aha, du hast also schon drüber nachgedacht. Nee. Jetzt zu öde. Mami, kann doch alles gar nicht sein. Kann ich eigentlich nicht abkürzen, irgendwie. Das muss doch machbar sein. Irgendwie. Das muss doch machbar sein. Die verzweifelten Worte eines Dennis-D-Punkt-Hartwig. Ach, den Himmel. Fand ich klug. Boah, mir wird doch vor allem mal schwindelig von diesem komischen Portal hier. Schon zum achttausendsten Mal gesehen. Lol. Mach doch die Augen zu, da guck ich irgendwo anders hin. Ja. Nein. Das kann nicht wahr sein. Alter, die Challenge. Ich habe aber witzig, als wir in der ersten Folge, standen schon einige Leute, mein Gott, standen schon einige Kommentare nach dem Motto, oh Gott, die wird ganz schön... Ich habe mich wieder gar nicht regeneriert. In der Map sind schon ganz andere verzweifelt. Gut. Nein.